Auf der www.erfolgs-online.de zeige ich Ihnen die Eigenschaften des Niemals-Aufgeben. Gehen Sie Ihren Weg. Bleiben Sie entspannt. Faxe perfekt nutzen. Durch. Die Macht ist Telefax. Und Sie werden per Fax jedes Problem souverän lösen. Mit Behörden, Ärzten, Privatleuten und Unternehmen. Entdecken Sie erstaunlichen Möglichkeiten, mit richtigen formulierten Faxen sogar Ihre schärfsten Widersacher gefügig zu machen. Einfach, schnell und zuverlässig. Faxe senden im E-Mail-Zeitalter? Sicher doch. Denn die Totgesagten leben länger. Und sind überdies erfolgreicher. Gerade im E-Mail-Zeitalter zeigt sich die Überlegenheit des Kommunikationsmittels Fax. Denn was Sie mit einer elektronischen Post ebenso wenig schaffen wie mit einem persönlichen Gespräch oder einem Papierbrief, das schaffen Sie per Fax sogar mit Links. Faxe sind die Patentlösungen für so gut wie jedes Ihrer Probleme. Sind Sie die endlos langen Wartezeiten bei Ärzten leid, nur weil Sie ein Rezept oder eine fachliche Auskunft brauchen? Haben Sie Ärger mit Behörden oder Gerichten, weil sich ein sturer Staatsdiener querstellt und sich Ihnen Wünschen und Argumenten völlig verschließt? Ist Ihnen schlechte oder defekte Ware geliefert worden? Wollen Sie einen Garantieanspruch einlösen? Und werden Sie dabei von hochnäsigen Hotline-Mitarbeitern vertröstet und abgewimmelt? Bei diesen und anderen Schwierigkeiten gibt es nur eins. Nutzen Sie die Macht des Telefaxes. Denn nur mit einem Fax bekommen Sie Kühe vom Eis, bei denen alle anderen Kommunikationsmittel jämmerlich einbrechen. Ein Fax erreicht seinen Empfänger deutlich schneller als ein Papierbrief. Zugleich vermittelt so ein Fax weitaus mehr Dringlichkeit als eine E-Mail, die einfach weggeklickt wird. Hinzu kommt, ein Fax bleibt psychisch präsent und brennt auf den Nägeln. Anders als ein Gespräch oder ein Telefonat, das gerne mal in Vergessenheit gerät. Vorausgesetzt, Ihr Fax ist perfekt formuliert worden. Genau dabei leistet Ihnen dieser Ratgeber unschätzbare Dienste. Sie werden die Hammerwirkung richtig formulierter Faxe kaum glauben. Stellen Sie sich vor, Faxe können sogar dabei helfen, Schulden in mehrfacher Millionenhöhe aus der Welt zu schaffen. Ich, Autor dieses Ratgebers, setze bei meinen Vergleichsverhandlungen das Kommunikationsmedium Fax intensiv ein. Resultat von meinen 2,5 Millionen Euro Schulden musste ich nur knapp etwas über 5% wirklich zurückzahlen. Fax sei Dank. Lernen Sie, wie Sie per Fax bei Ärzten innerhalb von Minuten Rezepte und Auskünfte erhalten. Wie Sie sogar die größten Sturköpfe unter den Beamten gefügig machen. Wie Sie nie wieder mit Hotline-Transusen herumärgern müssen und stattdessen sogar jede Menge kostenloser Ware erhalten. Einfach indem Sie das richtige Fax schicken. Wie Sie die Macht des Telefaxes sogar dann nutzen können, wenn Sie gar kein eigenes Telefaxgerät haben. Wie Sie Faxe als kostengünstige und legale Möglichkeit der Massenwerbung einsetzen können und vieles mehr. Setzen Sie die Macht des Telefax für sich ein. Nutzen Sie souverän die Power eines Kommunikationsmittels, das völlig zu Unrecht totgesagt und gering geschätzt wird. Entdecken Sie noch heute, wie Sie mithilfe simpler Faxe so gut wie jedes Problem in Ihrem Sinne regeln. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsmann.de Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher Machen Sie auf der